Schicken Sie Ihren Gartenteich topfit in die Wintersaison. Lieber Teichfreund, in diesem Video erfahren Sie alle Informationen zu unserer diesjährigen Herbst-Winter-Aktion. Diese Aktion beginnt jetzt mit dem Abspielen dieses Videos und endet am Montag um 24 Uhr. Mein Name ist Jürgen Saladin und ich bin der Autor der Teichreporte. Und vielleicht haben wir uns auch schon einmal persönlich am Telefon unterhalten über Ihren Gartenteich und Problemen mit Fadenalgen, Grünalgen oder Teichschlamm. Denn genau dies sind die größten Problemfelder, wie auch unsere Umfrage bei den Teichreportlesern bestätigt. Für ein Drittel sind Fadenalgen das größte Problem. Für 26% sind Grünalgen, also grünes Wasser, die größte Problematik. Und 23% haben mit Teichschlamm die größten Probleme. Wie Sie bereits wissen, gibt es durchaus einen direkten Zusammenhang zwischen Teichschlamm und der Algenproblematik. Dies sind nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Fassen wir dieses Ergebnis einmal zusammen, dann können wir festhalten, 85% der Teichbesitzer haben eigentlich nur ein Problem. Sie haben zu viele Nährstoffe in Ihrem Teich. Und die Lösung für dieses Problem ist, Teichschlamm und Schadstoffe abbauen und Phosphate neutralisieren. Wie Sie bereits aus dem ersten Video wissen, ist genau jetzt, Ende September, Anfang Oktober, der perfekte Zeitpunkt, um diese Kernprobleme in Ihrem Gattenteich aktiv anzugehen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, am sinnvollsten und kostengünstigsten ist es natürlich, aufkommende Probleme zu erkennen und rechtsseitig gegenzusteuern. Sie sorgen damit für ein dauerhaft ökologisches Wertegleichgewicht und aktivieren die Selbstreinigungskräfte Ihres Teichwassers nachhaltig. Sorgen Sie jetzt im Spätherbst für eine kräftige Reduzierung von schädlichem Teichschlamm und binden Sie die freigesetzten Phosphate. Phosphat ist der Hauptnährstoff der Algen. Wir haben für Sie aus dem Lavaris Teichpflegesortiment ein Herbst-Winter-Sit zusammengestellt, das allen gestellten Anforderungen Rechnung trägt. Die Herbst-Winter-Sits gibt es für Teichwasservolumen von 15.000 Litern bis zu 250.000 Litern. Auch wenn Sie einen Teich haben, der nur 3.000, 5.000 oder 8.000 Liter hat, ist es durchaus sinnvoll, sich ein Herbst-Winter-Sit zuzulegen. Denn die Produkte sind mindestens 5 Jahre haltbar, wenn sie kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Gegenüber dem Einzelkauf gibt es einen Preisvorteil von 5%. Bis zum Montag, dem 6.9. um 24 Uhr erhalten Sie einen zusätzlichen Preisnachlass auf alle Sets von 15%. Sie sparen also insgesamt 20% gegenüber dem Einzelkauf der Produkte. Nutzen Sie also diese Herbst-Winter-Aktion und schonen Sie Ihren Geldbeutel. Hier noch einmal die Ersparnis bei den einzelnen Sets im Überblick. Bereits bei dem kleinsten Set sparen Sie schon über 30 Euro. Ihren Gutscheincode und alle weiteren Infos zur Bestellabwicklung finden Sie jetzt schon in Ihrem E-Mail-Postfach. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass das Thema Gattenteich in diesen Wochen langsam in den Hintergrund gerät. Über Monate sammeln sich dann Nährstoffe und Phosphate an, die dann im nächsten Frühjahr zu übermäßigem Algenwuchs führen. Seien Sie cleverer als viele andere Teichbesitzer. Mein Tipp, zögern Sie nicht, bestellen Sie jetzt Ihr passendes Herbst-Winter-Set. Den Link zu der Bestellseite finden Sie direkt unter diesem Video. Weitere Informationen auch in Ihrem E-Mail-Postfach. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ihr Jürgen Saladin Vielen Dank für's Zuschauen.